Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich allen. Angedacht war heute erst zu meiner Werkstatt zu fahren, weil mein Lenkkopflager irgendwie bisschen Spiel hatte. Das Fahrrad ist neu und da wollte ich nicht selber dann rumschrauben. Danach eine gepflegte Runde durch den Westerwald. Nach der Werkstatt sind wir ungefähr 6 km gekommen und dann hatte sich meine Sattelstütze verabschiedet. 6 km zurück zur Werkstatt mit abgesenkter Sattelstütze macht riesig Spaß. Sie wurde wieder repariert, war eine Kleinigkeit eigentlich und danach ging es dann wieder zurück nach Hause. Viel Spaß wünsche ich. Auch bei dieser Tour hatte ich die Insta360 X3 dabei. Wirklich eine tolle Kamera, macht riesig viel Spaß. Die ersten zwei Aufnahmen waren auf der Plust und danach auf dem Helm in der 360-Grad-Ansicht. Das Problem dabei ist, dass die Windgeräusche immens sind und da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Aber ansonsten macht die Kamera richtig viel Spaß. Wenn man die Linsen sauber hält, dennoch viel Spaß. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.